Musik Ich bin Birgit Peter-Schröder, ich bin Illustratorin. Ich beschäftige mich mit Urban Sketching und Comiczeichnen. Urban Sketching ist Zeichnen auf der Straße mit Farben meiner Wahl. Das mache ich im In- und Ausland, das mache ich, um Menschen zu treffen, Kollegen zu treffen. Da mein Job hauptsächlich im Büro stattfindet, komme ich so auf die Straße unter Menschen, teste wieder neue Stifte und alles und komme so aus meiner Komfortzone heraus. Es gibt Deutschlandtreffen, es gibt internationale Treffen mit Workshops. In Porto zum Beispiel waren es tausend Menschen in der Stadt, die am Zeichnen waren. Menschen zeichne ich am allerliebsten, weil sie sind so unterschiedlich. Es gibt quasi nur Unikate. Ja, und sie zu überzeichnen, wenn mir das gut gelungen ist, das macht schon richtig viel Spaß, wenn ich dann meine Zeichnungen angucke. Schön daran ist, dass ich den ganzen Tag zeichnen kann, dass ich die Stadt so richtig einatmen und aufs Papier bringen kann und abends noch beim Bier immer noch die Leute zeichnen kann und quasi gar nicht mehr stoppen kann. Weil ich so viele schöne Sachen sehe und Zeichnungen auch sehe und so entdecke ich Städte auf eine ganz andere Art und viel intensiver. Bei den Comics zeichne ich Geschichten, Alltagsgeschichten hauptsächlich. Meine Geschichten finde ich zu Hause, beim Bäcker, im Supermarkt, im Café. Das kann überall sein. Beim Comics sitze ich am Schreibtisch, ich habe meine Geschichte, ich überlege mir, wie stelle ich es dar, mache mir kleine Panels und gucke, ob das funktioniert mit der Sprache, ist das schlüssig oder nicht, wo kommen die Sprechblasen hin. Ja, wie baue ich diese Geschichte auf, dass sie für jemanden, der sie nicht erlebt hat, auch nachvollziehbar ist. Comics berühren mich sehr tief. Es gab Comics, von denen ich nachts noch geträumt habe. Beim Zeichnen bin ich auf der Suche nach Schönheit oder nach dem Schönen, nach dem, was mich fasziniert. Das muss jetzt nicht perfekt sein, das ist vielleicht auch eine leichte Disharmonie oder irgendwas, was schön ist. So gehe ich auf die Suche, suche meinen Motiv. Ich sitze meistens in der Natur, gucke erst, wo ist hell, wo ist es dunkel, wo sind die Schatten, was interessiert mich jetzt an dem Motiv. Ich gucke, was will ich betonen, was ist mir wichtig und da ist der Fokus. Den Rest lasse ich auslaufen oder manchmal lasse ich ihn auch weg. Und das ist für mich ein ganz meditativer Vorgang. Da habe ich das Gefühl, dass ich direkt vom Gefühl aufs Blatt zeichnen kann. Illustration ist für mich immer wie eine Reise. Mit meinen Zeichnungen möchte ich bewegen. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020